Kandelweil Untertitelung des ZDF, 2020 Der Westdeutsche Rundfunk bringt die Johann Strauß Operette Karneval in Rom Musikalische Bearbeitung und Leitung Franz Marschallek Funkbearbeitung und Spielleitung Peter Tiedemann Es treten auf Arthur Brück, Male Peter Anders und Max Eckart Seine Freunde Benvenuto Raffaelli Willi Hofmann Robert Hesse Willi Schneider und Alf Marholm Martin, Wirt vom Blauen Ochsen OSS Er 있잖아요 Er Note Er steht in der Videobachtung